For the Lovers. Likör, aber ein richtig gut. Liebe Freunde der Sonne, darf ich euch vorstellen, For the Lovers. Eine Range von brandneuen Likören aus der Kaltenthaler Destille. Diese jungen Herren stellen auch den Revolter umher. Schaut euch mal diese Flaschen an. Nicht nur das Design ist hier modern, sondern auch die Geschmacksrichtung. Angefangen bei For the Lovers Chili Rosé hin zum Roasted Hazelnut, also geröstete Haselnuss, bis zum Yellow Peach, den gelben Weinbergfersen. Liköre sind generell sehr süß und haben einen hohen Zuckeranteil. Bei diesen Likören stört das aber gar nicht, denn mit diesen Geschmacksrichtungen schmeckt das Ganze ganz schön raffiniert. Ich kann es jetzt aber auch gar nicht mehr abwarten und muss diese For the Lovers Liköre probieren. Ich habe mir hier drei kleine Tasting Gläser fertig gemacht, um diese Liköre erstmal pur zu verkosten. Ah, Chili Rosé. Auf jeden Fall sehr schöne fruchtige Weinnoten. Hauch von Erdbeere, aber hauptsächlich halt noch diese Chili Schärfe, die dann hinten rauskommt. Das mag ich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, jetzt hin zum Roasted Hazelnut. Ich habe diese Flasche aufgemacht und im ganzen Raum riecht es nach Haselnuss. Boah, also dieses Haselnussaroma. Ich muss gestehen, das erinnert mich an Nutella. Das ist so Schokolade, Kakao und Haselnuss halt. Nutella zu trinken? Why not? Yellow Peach. Gelber Pfirsich. Das ist richtig so ein schöner Pfirsich-Eistee, fruchtiger Eistee. Boah, aber so richtig echter Pfirsich, kein aromatisierter Pfirsich, richtig, richtig geiler Pfirsich-Likör. Okay, wie trinken wir jetzt diese For The Lovers Liköre? Klar, auf Eis funktioniert alles sehr, sehr gut, aber man kann auch ein bisschen kreativ werden. Folgende Drink-Empfehlung. Man nehme einen Tumbler. Ich fülle diesen Tumbler mit großen Eiswürfeln und gebe Roasted Hazelnut Likör drüber. Jetzt kommt ein bisschen Milch hinein. Natürlich könnt ihr auch sowas wie Soja oder Hafermilch nehmen. Ihr rührt das Ganze kräftig mit einem Löffel um und zum Ende kommt eine Prise Zimt auf den Drink. Wow, also das schmeckt absolut überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass tatsächlich Milch und geröstete Haselnuss so gut gemeinsam harmonieren. Kommen wir zum Chili Rosé. Hier bleiben wir ganz, ganz easy. Ich nehme ein großes Gin Tonic Glas, fülle es mit vielen Eiswürfeln und gebe den Chili Rosé hinauf. Dann gieße ich das Ganze mit eiskalten Tonic aus der Glasflasche auf und garniere es mit einer Zitronenzeste und wenn vorhanden mit einer Chilischote. Absolut erfrischendes Aroma, richtig schöne Schärfe, die toll eingebunden ist. Macht mit dem Tonic Spaß, ist einfach zu machen. Den Yellow Peach Likör kann ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel mit einer eiskalten Grapefruit Limo, mit einem Grapefruit Tonic sogar. Noch ein kleiner Pro-Tipp für die Cocktailfans unter euch. Ihr könnt diese Liköre auch als Ersatz für Zuckersirup nehmen in Drinks wie zum Beispiel den Whisky Sour. Da können noch ganz, ganz spannende Geschichten mit entstehen. Vor der Lover's Liköre, unsere Empfehlung für die Leckermäule da draußen, die es ein bisschen süßer und fruchtiger mögen. Probiert diese Liköre aus, bestellt sie auf distillery.com und schreibt uns, wie sie euch gefallen haben. Mein persönlicher Favorit ist der Roasted Hazelnut. Der hat mir am besten geschmeckt, steht bald in meiner Homebar und ich freue mich, euch bald wiederzusehen bei Drinkspiration von Distillery. Der hat mir am besten geschmeckt, steht bald in der Hände und ich freue mich, euch bald wiederzusehen bei Drinkspiration von Distillery.